kathos wir kommen wieder du hast mich zu uns noch ein page für uns richtig hauli leute freut mich dass ich nicht nur ein spaß an einen sündig schönen wenn frau kathos wissen würde dass ich hier einen club tour machen gäbe es ohne ende ich dachte eigentlich nicht dass man als bergarbeiter in solche worte reingelassen wird mich hält nichts ab von meinem spaß also wie wäre es mit einer fahrt gerne wir sind bereit kathos die gleise rufen und anschließend feiern wir mit einem paar runden im wilden weinfass das überlegen wir uns noch auf diese tour braucht ihr 150 edelsteine damit ihr ein pt bekommt alles aufsetzen soll ich die steuer noch mal erklären nein die weiß ich auch noch so ok dann einfach los dann geht's los schon erste wort im kämpfe casino und das dient jetzt habe ich erst mal dazu die ganze strecke überhaupt kennen zu lernen und das war nicht so gut was waren das leute das sei doch nicht das ende ja seid so scheiße noch mal versuchen los geht's ja wie weit sagt die erste erste runde ist ja nur um erstmal überhaupt kennenzulernen die strecke wir haben sie bis jetzt noch nicht kennengelernt hallo ich bin dann gesprungen ja mal bin ich jetzt gesprungen dann lassen wir diesen edelstein diesen geben edelstein aus von mir aus der anderen kann man mitnehmen aber den dann nicht mehr ich sehe schon was retten schon mal ab geht man okay ich merke schon die strecke ist richtig schwierig ich bin nicht voll ich will es immer wieder probieren ich merke schon diese strecke wird sau schwer für mich okay das war schon mal schluss und oben natürlich da ist es immer wieder knapp hier knappe messen ich lebe auch immer wieder diese edelsteine hoch das habe ich jetzt nicht kommen sehen dieses 150 brauche ich richtig und das gab jetzt richtig schön viele edelsteine tatsächlich sagen sehr oft schon unten das ziel ich habe nicht mehr die hälfte zusammen fast 100 habe ich gerade noch zusammen 101 super hauptsache noch nicht geschafft naja versuch und wir schaffen das ist echt schwer also dieses page wird schwer mit 150 edelsteinen ich möchte gar nicht wissen wie das in der nächsten welt aussieht knappe hoch das ist alles mitzunehmen was geht ich habe nicht mehr mehr so viel mitgenommen aber jetzt sieht es besser aus 115 sieht doch schon ein bisschen besser aus 132 letztes eigentlich arbeiten soweit das wird ein bisschen blöd von mir gemacht ich brauche jetzt nur ein paar so ich muss es nochmal richtig springen oh wir haben es tatsächlich geschafft manometer wieder eine erfolgreiche fahrt ich bin dann mal feiern lass mich raten es geht in einen club mitnichten darüber bin ich im weg es war nicht mehr dasselbe seit mir diese golfwagen das herz gebrochen hat in den casino regen ist eindeutig festgelegt das page ist nur vom attraktiven bankhälter ausgeben werden dürfen hier sechs steckt in großen schwierigkeiten vier sechs städt euch bitte scharf meine sensoren spielen verrückt bei dem licht hier drin es gibt da wo ein missverständnis vielleicht solltest du dich beruhigen und auslocken mich ausknocken niemand darf so rechts zum sicherheitspersonal des casinos sein bereitet euch darauf vor absolviert zu werden und endet eure abenteuer dofi im verein hat empfangen sich der kurzer sonst was was denn das schon wieder für name du so war es noch nicht geplant erst mal gucken wie überhaupt der kampf funktioniert ich habe absolut keine ahnung erste diese fahrten jetzt kommt noch ein boss weiter hinterher oder was ich habe mir neben abgezogen aber wir hatten uns eigentlich auch neben abgezogen wenn er rot wird und angeschossen kommt er haben ihn perfekt das war schlecht das war schlecht gemacht von mir in irgendeinem kreis in irgendeinem kreis dann muss er euch mal nehmen wir mal einen drehwurm kriegen oder ob you got a lady auf jeden fall einer von den leuten kriegt einen drehwurm so du hast mal noch neben abgezogen bekommen das ist echt scheiße schwer du ja da verarscht mich auch gerne habe ich das gefühl da verarscht ein gerne und wir sind eigentlich besiegt da hat er schon einige treffe eingesteckt weiter da trifft mich aber um mit dem letzten ich habe keine ahnung wie es da stoppen soll da trifft mich egal mit was ich habe nur noch ein neben moment war jetzt kommt das phase 2 das ist jetzt seid ihr zum nahe geht ein stück zurück und bereitet euch auf angriffsphase 2 der ist nicht ernst ab jetzt erst in der zweiten phase wir sollten das bitte funktionieren oh leute was zum heck aber das denn wer hat uns da ganz schön den hinterm versorgt ja hat er aber wie soll das gehen wir haben der hat euch in der ersten phase 10 leben habe ich das gefühl und dann wahrscheinlich leben und kommt da nicht hin hinterher sich der wird mich ja mit jedem treffer kriegen erste phase scheint vielleicht noch nicht so schlimm zu sein ja ok dafür hat mich getroffen shit sowas nicht geplant und phase 2 habe ich natürlich auch keine ahnung wie er das macht das ist echt fies hier was habe ich da jetzt für eine scheiße gemacht egal wie ich springe er trifft mich so oder so dann ich weiß nicht wie ich den mist ausweichen soll aber eigentlich geiler boss fight tatsächlich ja jetzt letzter hat mich schon wieder getroffen ich weiß nicht wie wir ziehen uns beide gegenseitig jeden teil neben ab nein schon wieder hat mich der letzte getroffen komm schon du musst doch gleich mal in phase 2 überwechseln oder und wieder der letzte ich habe jetzt extra abgebremst aber wieder hat mich der letzte getroffen der erste phase 2 es gibt ja vor allem noch die phase 3 und 2 ach so ok damit habe ich jetzt nicht vorbereitet komm nicht wieder hin mein Freund ok die Phase scheint gar nicht so schwer zu sein einfach immer rechtzeitig hoch springen und wieder zurück den noch in einem Arsch geben da kommt nix zu da hin mein Freund zack in einem Arsch da kommt nix zu da hin das war jetzt nämlich von mir gemacht shit alter ist das ein Arschloch der hat extra abgebremst was ok jetzt wird es wieder im phase 2 äh nein was machst du gib auf du Stück Schrott ich bin der König der Gleise du bist nicht natternderweise ein paar Raketen werden dir manieren beibringen ein paar Raketen? bitte? oh Gott nein dann muss ich jetzt mit einer Raketen selber abschießen oder was aber shit so sieht es wahrscheinlich aus ja Gott ey what the fuck? wie zum Teufel sollte das jetzt funktionieren bitte? ich würde sagen wir sehen uns kurz wieder in Phase 3 und wir sehen uns gleich wieder in Phase 3 beim nächsten Mal es Das war's für heute. Alter, so scheidest du nicht den Enten. Dofi kann nicht glauben, dass er von einem grünen Dachs und seinen lila Drachen besiegt wurde. Boah, ich hab mit zwei Leben den verdammten letzten Dings geschafft. Boah, gut gemacht Leute, dieser doofy Typ ist weg von den Gleisen. Kommt wieder, wenn ihr zum Spaß noch einmal die Edelsteinbahn fahren wollt. Hey, Junge, dieser doofy da, ne? Der hat's so krass aufgeregt. Aber er ist jetzt zum Glück jetzt besiegt. Ich weiß nicht, was machen. Wollen wir in den nächsten Part anfangen mit Backtracking oder wollen wir diese Welt erweitern? Sagen, wir erweitern erst mal diese Welt noch. Und dann fangen wir mit Backtracking und dann fangen wir an mit Backtracking. Also, viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und ciao.